Das ist sicher Ganderharsflotte. Wozu andere Brandschatzen und Plündern lassen, wenn man es selber tun kann? Raider, was siehst du? Wollen die bleiben oder ziehen sie weiter? Das sieht ganz wie ein Blitzüberfall aus. Sie sammeln Relikte und Sonnensteine und ziehen dann weiter. Der Doc und ich verteilen jetzt die Sender. Ich hoffe, sie nehmen einen mit. Mac, versuch du bitte meine Stadt zu beschützen. Geht klar. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist, als ob jemand Charlottes alte Entwürfe kopieren würde und sie fürs Militär umbaut. Noch ein Rätsel, das wir lösen werden. Mit Gandaha. Gehen wir weiter. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.